Guten Morgen. Haben Sie dich aus dem Bett geschmissen? Am zusammenpacken? Am zusammenpacken, genau. Das sieht sehr professionell aus. Und dann wird in Ruhe erstmal gefrühstückt. Ja, schönen guten Morgen. Und hast du gut geschlafen? Ja, ich habe gut geschlafen. Also es war nicht mehr so laut, oder? Hast du was mitbekommen? Doch, es war schon laut. Das sieht sehr professionell aus. Das sieht sehr professionell aus. Was? Was du machst. Jeden Morgen kommt das Wunder auf, dass die Taschen fertig gepackt sind. Mir ist mal ein Rätsel. Und es ist immer alles drin, nichts fehlt. Ja. Vorsichtig. Ich bin sicher. Am Ende fehlt immer irgendwas. Hoffentlich meistens fehlt immer das, was man vermissen, was man drauf verzichten kann. Tagbuch habe ich schon seit 1985. Durchweg. Das, mein Buch ist jetzt 57. So, Buch. Hm. Ist halt, ja. Nicht meine Adresse. Hm. Oh. Ja. Du stehst da ja bei meiner Tür und willst Unterkunft haben. Genau. Ich habe aber nur einen Raumwohnung. Du musst noch Fußball schlafen. Ich möchte nicht nur Unterkunft haben, sondern auch ein sehr gutes Frühstück. Bei mir gibt es noch Müsli früh. Dann komme ich nicht. Ja, diesmal sieht meine Fadentabelle aus. Das ist die Fadentabelle. Hm. Das sind die Kilometer pro Tag. Mhm. Gesamtkilometer und Zeit. Und die 123, 900 und 1000 Kilometer. Mhm. 124.000 habe ich jetzt runter. Deswegen habe ich jetzt 124.063 Kilometer. Dafür kann man schon mal sagen, Respekt. Es gibt keine Bäuche auf jeden Fall. Das hätte viele wie, ja, Bienchen gegeben. Genau, diese Stempel früher in der Schule. Die Musik darf natürlich auch nicht fehlen. Die bringt so die gewisse Ruhe und Gemütlichkeit mit rein. Kennst du die überhaupt, die Musik? Die kennst du gar nicht. Das klingt auf jeden Fall alt und deutsch. Wenn wir uns einmal lieben. Ja, die hat wohl gesagt, pack die Badehose ein, nimm deine Schwesterlein und dann nimmst du hier raus zum Wannsee. Hast du eine Badehose dabei? Ja, hab ich eine an. Oh. Sehr gut. Top. Da ist auch noch eine Badehose. Wollen wir ein Auge machen? Ja, gleich für meine Schöft. Ach Mensch. Die Herren sind fantastisch ausgerüstet. Ja, für alle Fälle. Und die fahren auch jetzt nach Estland dann weiter und dann noch wohin? Wir fahren nach Tallinn. Von Tallinn fahren wir dann nach Tartu. Und von Tartu geht es dann wieder runter Richtung Lettland, Litauen, Kaunas. Ach, ihr fahrt dann wieder zurück? Ja. Ne, nicht die gleiche Strecke. Nicht die gleiche Strecke. Aber über Kaunas müssen wir wahrscheinlich auch, vielleicht fahren wir auch über Gotlab. Da sind die zwei Übergänge oben an der polnischen Grenze. Und dann geht es oben lang an der polnischen Küste, so wie du gefahren bist mit dem RC-Radweg. Sehr schön. Ja. Gdansk, Kohlberg, Zwinemünde. Vielleicht fahren wir nochmal auf die Insel Rügen rauf. Da haben wir eine Bekannte. Aber müssen wir entscheiden, was meine Frau sagt. Sie jammert schon. Die entscheidet nämlich alles. Nein, nein. Nein, Quatsch. Die wird jeden Tag früh kontaktiert und dann wird erstmal eine Genehmigung für sie. Nein, Quatsch. Ja, wir haben sie nicht so gut wie du. Wir stehen mitten im Leben ab. Wir stehen schon am Rande des Lebens. Tja, stehen wir nicht alle mal am Rande des Lebens. So, hier, hier ist der drüben. Wir sind schon am Rande des Lebens. Weil gerade das die Lied habe ich gerade gespielt. Sehr gut. Mit Musik unterwegs. Ja. Du kannst gerne eine Performance abliefern. Ein Lied. Das kann ich einfach separat. Nein. Die ist fast stimmt, die Mundharmonika. Sie ist sehr alt. Was sind DDR-Zeiten noch? Diamant. Ich kenne dich, Diamant, ja. Diamant wurde in Thüringen fertig. Die hat ehemalige, weiß ich nicht was für eine Firma. Da war die Mundharmonika. Die hat auch eine DDR-Musikinstrumente hergestellt. Wo waren das? Machallen? Weiß ich gut. Nö. Und den Diamant war dann privat, den haben sie dann geeignet? Ja, ist ja klar. Die ist so alt und da sie jetzt hier in der Tasche nicht so gut behandelt wird, ist sie verstimmt, ne? Ja. Ich habe aber noch ein paar Stück zu Hause, gute Teile, die nehme ich dann schnell mit. Ich habe mir gerade eine gekauft, die kostet 127 Euro. Und wie lange hast du gebraucht, um das Instrument zu lernen? Oh, ging sehr schnell. Du kannst mich noch erinnern, da habe ich noch lange gespielt, oder? Ja, genau. Also alles autodidaktisch. Das war ja, ich sag mal, in drei, vier Monaten hatte ich das weg. Das habe ich gar nicht gedacht, dass es so einfach wird. Und da Mundharmonika spielen ist für meine Begriffe einer der einfachsten Instrumente überhaupt. Weil du nicht die Noten lesen musst, du kannst per Tabulatur spielen, ne? Auch. Ah, okay. Auch ein gewisses Talent, denke ich mir. Für Musik, Rhythmus und so. Die Töne muss man hören können. Macht er auch immer. Wenn er ein neues Lied irgendwie so hat, dann versucht er so. Du musst ja wissen, dass du Pusten ziehen musst. Du musst ja auch wissen, das kommt ja von mir hören. Automatisch, komischerweise. Du willst ja noch Pusten ziehen, musst du jetzt genau. Ja, ja. Das wird ja nicht gehen, ne? Das ist jetzt nur einfach mal so aus dem Stehgrapattie spät, ne? Aber jetzt, wo ich jetzt drüber nachdenke, so ein bisschen Ähnlichkeit zu Michael Hirte, oder? Was? Michael Hirte. Ja, so ein bisschen Ähnlichkeit, ne? Ja, hab ich ja auch schon gesagt. Von der Nase her, nur ein bisschen älter halt. Die haben ja gesagt mal, wo sie mal in der Zeitung, ich war ja in der Zeitung im Fernsehen. Damals, und da haben sie gesagt, ich bin der ältere Bruder von Jürgen Klinsmann. Okay. Sieht eben wie Klinsmann aus. Ja, haben die geschrieben, da hab ich mir den Klinsmann angekickt. Ja, ich weiß nicht, ich kann mir ja nicht selber sehen. Da ist doch ein Spiegel. Ne, der Klinsmann hat sie gesagt, der sieht doch aus wie Klinsmann. Ja, Ähnlichkeit hat man manchmal mit Menschen. Persönlichkeiten, das ist halt so. Ja. Ja. Dann hoffe ich, dass du jetzt hier in weiteren Ruhe zusammenpacken kannst. Ja. Und nichts vergisst. Wie ich manchmal. Den habe ich. Guck mal, das Wetter scheint mitzuspielen. Ich habe ein schönes Wetter. Ja. Eine schöne Altstadt. Und eine schöne Frau, die ich heute treffen werde. Also, was will man mehr an einem Tag? Und bis jetzt ist alles soweit. Beim Alpen. Wie meinst du? Das Date steht. Natürlich. Schön. Super. Ich habe ja auch so verschiedene Tricks. Ich weiß nicht. Der Fisch hat angebissen. Ja, 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 ja. Das werden wir mal gleich früher schicken. Der hängt im Haken. Der ist im Netz. Oh, oh. Mann, der Hecht wartet schon. Genau. Der Hecht wartet schon. Genau. Oh, oh. Aber der Hecht bin ich. Was ist sie dann für ein Fisch? Muss ich aussuchen. Irgendein Arme. Also, ein Kugelfisch ist sie schon mal nicht. Nee. Siehste. Da hast du schon aufgepasst. Aber vielleicht eine Qualle. Nein. Eine schöne Qualle. Nee. Klaut man hier nicht das ganze Wasser, ja? Ja, ich habe ja verschiedene Tricks auch auf meine großen Weltreisen gemacht. Wo er ja mal noch nicht hin, wenn man wegkommt. Ich pinkele vom Fahrrad runter. Auch während der Fahrt. Weil ich keine Lust habe abzusteigen. Er rennt 1000 Meter in den Wald drin. Und da er bei 500 Meter sich in den Hosen gepisst hat, weil er das nicht schafft bis 1000 Meter. Ja, genau. Weil ich wegen dem langen Schlauch das auspacken. Dann steht er da, oder? Von der Heike lang. Weißt du? Ich habe gerade Kopfkino am Morgen. Am Morgen, ja? Und wenn ich auf dem Fahrrad stehe, so runterpinkele. Auf dem anderen Straßenrand. Ja. Du pinkelst vom Fahrrad runter in den Straßenrand? Ja. Weil ich nicht absteigen will. Okay. Da die Taschen hinten sind, du siehst das ja nicht. Aber wenn du von der Straße abgehst und stellst dich am Rand, dann sieht jeder. Ja, klar. Ja. Dann sagst du, er pisse dich aus. Bei mir sieht man das nicht. Ja. Weil ich glaube, das fliegt dann so. Alles unsichtbar. Oder der Hintermann fängt alles auf. Vielleicht auch nicht. Und der denkt über, es regnet und dann. Ja. Ich hab auch schon, wenn ich sitze manchmal auf der Parkbank. Weil wenn es so dicht besiedelt ist, dass ich so nötig pinkeln, dann setze ich mal auf der Parkbank über und pinkel einfach so. Esst dabei, tu so. Und wenn ich pinkel auf dem Boden runter. Ja. Wir fahren wieder zusammen durch, bis nach Tallinn heute mal runter. Und 4000 Kilometer haben wir gerechnet. Und ich heiße Rolf Freitag. Ja. Und rund in Berlin. Ja. Und bei mir ist es genauso. Kommen wir aus Berlin. Mit der Lutz Peter Brandt. Wie der ehemalige Bundeskanzler, den wir mal hatten. Schon leider verstorben ist. Schade. Ja. Ich mach mit ihm dieses Jahr das erste Mal diese große Tour mit drei Monaten. Und bisher hab ich sehr viel Spaß und viel Erfahrung schon gesammelt. Ja. Ich hoffe, dass wir auch gut an unser Ziel kommen. Und auch wieder gut zurückkommen. Und ja. Was machen wir jetzt eigentlich soweit? Einfach mal rankommen jetzt hier. Komm mal ran. Mit der Sonne. Das ist ja hier. Komm mal ran richtig. Mega geil. Mega geil mit der Sonne. Ja. Wir sind die besten. Wir sind die besten Fahrradfahrer aus Deutschland. Ja. Ihr könnt uns alle mal am. Ja. Aufschlecken. In die Rücken runter. Genau. Am Tüffelblasen. Am Tüffelblasen. Genau. Macht's gut. Gute Reise. Danke. Ciao. Tüffelblasen. Tuch. Ich werde jetzt erstmal die Wäsche waschen gehen, danach duschen gehen. Over, Ende, Aus, Aus, Riga. Yeah! Goodbye!